Hast du eine Vorstellung? Ich weiß es nicht. Drinnen, bitte. Drinnen? Ja, genau. Ich beschäftige mich nicht mit Freise. Aber irgendwo sind die 200, oder? 150? Oder 150, ich weiß es nicht. Das ist ein gestalteter Handelsmann gemacht, das 50er Archenholen, so ein riesen Kistenbad, mit einem haften Durchblicker drinnen, in der liegen natürlich Bejekte drinnen, ein Duftwagen ist eingebaut, und du willst es beschnitten in so alten Längenmassen, die du auch machst, und du lässt auf die Stirn die Regner und werden dir die rumsetzen. Es ist fraglich, ob sie jetzt das Hüchtenwagen zu machen. Ja, aber sonst wäre es schon gut. Ja, aber wenn nur die Hose, werden sie bleiben. Ja, genau. Aber du bleibst trotzdem. Hallo. Du kannst nur so eine Hüchte auf die Portfolio. Ja, genau. Du kannst nur so eine Hüchte auf die Portfolio. Du kannst nur in die Sch othersern. Du kannst nur auf CP-2 in die Position sammeln. Du kannst noch persönlichen Hüchte auf dem, du kannst nur auf die Linie buch so ein Zeilen machen zu machen. zweit v Du kannst nur so einen Pull, ses такой zum Knopf discipliner ist, bis wegen Schneider ganz Terrasch. Schrauben Sie sich an. Das ist zum Beispiel auch gemacht, damit es eine Oberfläche gibt.